Und jetzt zu den lokalen Nachrichten. Ein mysteriöser Mann treibt momentan sein Unwesen. Laut Augenzeugenberichten taucht er in seinem DeLorean wie aus dem Nichts auf und richtet erheblichen Schaden auf. Er gilt als äußerst gefährlich. Warte, ich helfe. Gut, ist das deine Konsole? Ja, genau. Ich bin die Hunde Simona. Es war Liebe auf den ersten Blick. Doch das Knistern sollte bald ein Ende haben. Hey Mann, du hast es gemacht? Hey Simona, ist Bock? Das Grauen kommt von oben. Hm. War aber nur ein kurzer Stromausfall. Und schlägt zu. Da müsste der Fernseher wieder an. Ich habe durch den Stecken gezogen. Wenn du es am wenigsten erwartest. Das ist der Typ. Maximum Voltage. Widerstand ist zwecklos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017